Herzlich Willkommen, was geht? Herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube Channel. Leute, spielen wir ein bisschen Fußball, mal was anderes. Und ich sag's immer Leute, auch wenn ihr in Fitness trainiert, macht auch andere Sporttaten. Betätigt euch mit anderen Sachen, beschäftigt euch mit anderen Sachen. Es gibt mehr als nur Bodybuilding. Also bewärmen uns jetzt ein und dann gibt's ein paar Schütze. Kleines Video soll euch unterhalten. Viel Spaß. Peace. Pass heart 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 Ge意ET Also, wir schießen jetzt. Okay, wir schießen. Uff! Tocke. Das war's. Das ist nicht so gut, das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Lübele! O Iluminado! das ist meine runde das ist meine runde Der Ball muss jedes Mal über die Linie, der darf nicht vor der Linie abbreiten, das heißt, wir gehen da immer weiter und wer verschießt, der wird nicht drauf. Kann er den Druck standhalten, souverän, souverän, souverän. So, jetzt geht's! So, jetzt geht's! Ich glaube, es ist so schön, wenn ich mich nicht verletze bin. Schnellbecken? Ja, schnellbecken! Die Bühne ist schlecht! Okay, let's go. Uh-huh. Statement, statement, statement. Yes! Yeah, damn. Das war der Jörg. Ja, das war der Jörg. Ja, das war der Jörg. Kein Achselbauts mit. Das war der Jörg. Das war der Jörg. Ja. Ja. Ja, das war der Jörg. Peace out, peace out, peace out. Peace out, peace out. Peace out, peace out.